Wie viel kommt denn da noch? Nun gut. Dann reparieren wir das oben und ja. Dann nochmal das Ganze. Diesmal müssen wir uns beim Balancieren ein bisschen mehr Zeit lassen. Die ist schon repariert. Aber irgendjemand muss es ja machen. Danke fürs Gespräch. Ah, du kommst mal mit. Dann gebe ich dir noch eine Waffe. Dann hacken wir das Ding hier nochmal. Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht sollten wir uns dann direkt mal heilen. Dann wechseln wir mal wieder auf unseren allseits beliebten Feuerlöscher. Und dann sagen wir dem Techniker unten erstmal mal Technikerspielen. Moment, ich weiß es ja... Moment. Mach du mal Kopf. Ich hole mir die... Ja, ja, ist gut. Habe ich mir die Munition hier unten ab. Und ich gehe da wieder hoch. So, jetzt aber schön vorsichtig. Ich möchte das nicht 500 Mal machen. So, gut. Kann ich mir die Munition hier unten holen? Ich mag es einfach. Und was soll da schon schief gehen? Was heißt, ich hier eventuell draufgehe? Uh. Na gut, dass die Steuerung 100% präzise ist. Die runterfallen, dadurch sehr einfach wird. Na komm. Uh. Na komm. Gut, 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 gut. Gut. Und hier nach links schätze ich mal da rüber und da rein. Oh, da ist doch der richtige Weg. Oder muss ich hier irgendwas aufschreifen? Aber springen kann er ja nicht. Ah, da rüber muss ich. Gut. Hier fühle ich mich safe. Wir haben eine Schlüsselkarte. Die Konstruktion der Testkammern ging vergleichsweise reibungslos über die Bühne. Letzte Woche hat ein Unfall drei Arbeitern das Leben gekostet. Aber für den Boss scheint das kein Grund zu sein, mit der Arbeit in Verzug zu geraten. Ich bekomme keine Leute mehr für dieses Projekt. Die Arbeiter übertreiben ihre Erlebnisse, wenn sie zum Stützpunkt zurückkehren. Darum wollen die Leute aus lauter Angst nicht mehr herkommen. Verstehe ich jetzt nicht. Aber gut, sollen die mal machen. Ist ja sonst noch irgendwas her. Ja gut, die Schlüsselkarte haben wir geborgen. Hast du Jena gesehen? Ich hab sie ja auch gesehen. Also, keine Panik. Auto-Aim regelt. Ach, das war nur mein Feuerlöscher. Huch. So, damit kann man zu höchstwahrscheinlich das hier aufmachen. Schlüsselkarte, Jupp Heidi. Und wir können speichern. Nice. Ich hab schon Sorgen gemacht, dass wir den Rest des Spiels, ohne zu speichern, abschließen müssen. BTF war das? Au. Au. Ähm. Ne. Brennt doch. Moment. Wird mal hochheilen. Und dann vielleicht wieder mit einem Shotgun drauf. Oh, das geil hat ja viele Trefferzonen. Ist das so eine Art Boss? Au. WTF? Ja, dass ich tot bin, seh ich auch. Äh, Level neu starten. Nein. Äh, zurück zum Hauptmenü. Ja. Dann laden wir einfach. Das fand ich jetzt frech. Lad mal vorsichtshalber durch. Guck mal mit. Beeilungssoldat. Ich brauch dich da drin. Kommst du? Hopp, hopp. Das dauert einfach 500.000 Trefferzonen. Oh, da ist Panik. Oh nein. Was soll ich mir Blutes machen? Wir werden das vielleicht angemessen. Können wir nicht die gesamte Munition mitnehmen. Hm. Ist denn hier jeder infiziert? Und dann hier vorbei? Ich muss das Vieh tatsächlich besiegen, wie es aussieht. Ah, Hauptmenü. Dann halt eben nochmal. Guck mal mit, Freundchen. Hopp, hopp. Keine Sorge, ich mach dich schon nicht platt. Na komm. Kommst du? Ich wünschte, ich hätte noch ein Medikit übrig. Das bringt ja die EMP ein bisschen mehr. Aber ich find's halt frech, dass der halt anfangen kann zu schlagen, bevor ich überhaupt bereit bin. Ja da. Ja. Oh, Moment. Ich kann jetzt mich gar nicht erreichen. Huch. Au. Damit ich ja fast tot bin, ne? So, der wäre erledigt. Okay. So. Der wäre erledigt. Ist das wie tot? Vorsichtshalber nochmal nachgucken. Ui, 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 ui. ketten wir mal den Schalter hier um. Ein Königreich für ein Medi-Kit. Oder ein Speicherpunkt. Oder beides. Oder ein Medic. Kann ich zurück zum Speichern? Nein. Uiuiui. Moment, ich könnte mal die Kisten durchsuchen. Wie ihr seht, sind ja ab und zu mal die Dinger hier drin. Ein Glück, dass ich nur noch ein Hitpoint übrig habe. Die Leichen hier checken. Da drin brennt. Pre-Lab 1, 2 und 3. Müssen wir wohl in die andere Richtung. Uiuiui, wir müssen wirklich sehr vorsichtig sein. Der nächste Treffer kann uns platt machen. Hm. Noch jemand, der Stress sucht. Hier ist zu. Kontrollraum 1. Ja gut, hier gibt es eine ganze Menge Zacks. Und einen Speicherpunkt. Sehr schön. Ähm. Einen Granatwerfer? Schauen wir uns mal das Vieh aus der Nähe an. Ähm, ja. Das sind die unterschiedlichen Kameras. Na gut, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht aus Versehen die Viecher freilassen. Das sind Munition sonst noch irgendwas gehabt. Ich glaube nicht. Das hier ist defekt. Was steht denn hier? Aktuelle Standuntersuchung. Wir haben eine Anzahl Proben zur Untersuchung genommen und führen Tests damit durch. Der interessanteste findet in der Wachstumskammer statt Zugangscode 7291, wo die toten Gewebeproben auf die Behandlung angesprochen haben und ein Zellwachstum von bis zu 400% eingesetzt hat. Das nächste Stadium ist der Versuch, Zellen wieder zu beleben. Dr. Sean Faraday. Forschungsdirektor Tian Inc. Faraday suchen. Ich glaube, der ist tot. Das ist das. Wir speichern nochmal und diesmal irgendwo frei. Moment. 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 Ich muss mir auch mal die Türen angucken. Wo war denn das? Eins muss ich irgendwie aufbekommen. Drei ist gefährlich. Drei sollte ich nicht aufmachen. Dafür brauche ich einen Techniker. Moment. Ich habe doch einen Zugangscode bekommen. Komme ich damit hier rein? Was steht denn da? Wachstumskammer. Das ist die... Keine Beschriftung. Das ist irgendwie ein Klageplan. Mit dem ich was anfangen könnte. Nun gut. Tür 4 ist offen. Gucken wir mal, was wir davon haben. Da hast du die Viecher auch treffen, Freundchen. Und dann bin ich tot. Meh. Also ein Medikit wäre richtig nett. Mal gucken, machen wir die 4 nochmal auf. Kann ich wieder zumachen? Nein. Vielleicht muss ich da zu 3 trotzdem rein. Feuer. Das ist ja eine richtige Todesfalle hier. Nice. Äh, laden. Gucken wir uns das nochmal an. Die nicht über die Leiche drüber gehen sollen. Ja. Ich glaube, die sind erst gespawnt, dass ich über die Leiche bin. Oh, komm schon Leute. Das ist nicht fair. Mit einem halben Hitpoint rumzurennen. Ich würde mir wenigstens aus Geisterhand irgendwie ein Medikit in die Tasche spawnen können. Ist da Benzin auf dem Boden oder warum brennt denn der ganze Raum? Ein herzliches Dankeschön. An Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze.